Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Test eines Energydrinks. Wir haben im letzten Part ja das Gunnery Rapsberry Cheesecake probiert und heute probieren wir das Gunnery White Peach, also weißer Pfirsich. Ich kaufe inhaltiges Erfrischungsgetrenn mit Pfirsich, exotik Geschmack und Süßungsmittel. Wie gesagt, Zucker ist ja hier überhaupt nicht drin. Die sind halt zuckerfrei und das ist das zweite Gunnery, was ich probiere. Wie gesagt, ist von Montana Black, also von Monte und das erste hat ja so wirklich nach diesem Cheesecake geschmeckt und der Himbeer Geschmack ist da nicht so richtig zur Geltung gekommen und hier haben wir jetzt wie gesagt nur einen Geschmack und das ist weißer Pfirsich und ja, ich würde sagen, wir öffnen einfach und probieren das Ganze. Wie gesagt, das sind 500 Milliliter Dosen und Limited Edition 1 bei Monte, steht sogar hier drauf. Also ich habe es jetzt schon auf, ich kann jetzt die Dose nicht mehr umkippen, aber ich hoffe doch. Okay, also vom Geruch her, wenn man jetzt hier riecht dran, ist es auch wirklich schon, kommt der Pfirsichgeruch richtig zur Geltung und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Also Prost. Oh, das hat einen extremen, also das ist ein extremer Geschmack nach Pfirsich, also wirklich, also der ist richtig geil. Ich bin zwar nicht so der Pfirsichfreund, muss ich sagen, aber das ist schon richtig gut. Schmeckt süß, obwohl eigentlich kein Zucker drin ist, aber es ist halt Süßungsmittel. Und wahrscheinlich auch Haufen Geschmacksverstärker, damit man diesen Pfirsichgeruch oder diesen Pfirsichgeschmack so richtig schön zur Geltung bringt. Gönnery, White Peach, richtig nice, richtig nice. Müsste auf jeden Fall selber probieren, da ist definitiv eine Empfehlung von mir da. Und Eis gekühlt ist es richtig gut. Wie gesagt, das Gönnery Rapsberry Cheesecake könnte auch probieren, aber das fand ich ein bisschen, dass das ein bisschen künstlich geschmeckt hat. Also die, lassen wir mal die Dose. Ich bin definitiv dafür, dass das von diesen beiden Sorten, die ich jetzt probiert habe, besser schmeckt. Und wie gesagt, ich nehme auch die Folge auf, bevor ich auf Arbeit fahre und ich hoffe, dass ich dann richtig Power habe auf Arbeit. Ich werde sehen, was sich ergibt. Ja, ist wirklich gut, ist wirklich gut. Also das könnt ihr auf jeden Fall probieren. Ich weiß auch nicht, was es preislich gekostet hat, aber ich glaube 1,89 Euro oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe es zum Beispiel im Rewe gefunden. Da gab es relativ viel davon. Im Urlaub bei uns hier gab es das leider nicht. Aber richtig gut. Wie gesagt, probiert es aus. Gönnery, White Peach, richtig geil. Und ich bin auf die anderen Sorten gespannt, die wir zusammen probieren werden. Und ich werde das jetzt noch genießen. Dann geht es auf Arbeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ja, Basti. Einen Schluck muss ich auf jeden Fall noch nehmen. Tschüssi.